Und dann kam der mit der Rechnung, legt die da hin, ich sag, holla, ich sag, was hast du denn hier? Ich sag, guck mal, ich sag, was da alles draufsteht. Ich sag, wenn wir das all gehabt hätten, wäre ich satt. Also ich hab, ja, und dann wichtig ist, wenn du dich beschweren willst im Urlaub, du musst die Landessprache können. Wenn die dich nicht verstehen, du musst die Landessprache können, sonst hast du gar keine Chance. Dann hab ich dann auch hier, ich sag, guck mal her, so einen Anrufen, ne? Und er kam, da sagt er, ah, und dann hab ich so gezeichnet, hab ich gesagt, da, äh, nee. Ja, das hat er verstanden. Dann hat er so ein bisschen so durch und durch und durch, hat auch gerechnet, dass es da plötzlich waren, 13 Euro weniger. Leute, 13 Euro, ich sag, wolltest du mich betuppen oder was? Und dann guckt er mich an mit so einem Blick und sagt, bände mir, oder? Und ich hab aus Reflex gesagt, ich bin verheiratet. Ich hab... 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 Ich hab...